More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen zum From-Player-to-Player-Podcast. Heute mit Patrick Finger, ein ehemaliger Mitspieler von mir, ein Freund, den ich schon lange kenne. Aber Patrick, vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht, deswegen stelle ich doch einmal bitte vor. Hi Otschi, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute mit dir und ein bisschen über meine Vergangenheit zu sprechen. Wie du schon gesagt hast, ich bin der Patrick, bin 21 Jahre alt, komme aus Riedstadt, das liegt im Kreis Groß-Gerau und möchte heute einfach ein bisschen über die Vergangenheit von mir bei der Eintracht und auch bei Darmstadt 98 mit dir gemeinsam sprechen. Ja, sehr nice Patrick. Warum finde ich das so toll, dass du hier bist? Du hast einen außergewöhnlichen Weg genommen. Ich glaube, die meisten wissen das. Ich weiß es auf jeden Fall, weil ich ihn auch irgendwo ein bisschen auch begleitet habe. Du bist ein talentierter Fußballer, hoch veranlagt, hast eine super Technik, bist vom Mindset her auch ein aggressiver Spieler. Patrick, wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Ich habe mit circa fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen, bei mir im Heimatort SKG Erfelden. Ja, ich habe zusammen mit meinem Papa praktisch dann für meinen Jahrgang die neue Mannschaft gegründet und bin dann so zum Fußball gekommen. Achso, also dein Papa ist auch Fußballfanatiker. Mein Papa ist ein sehr großer Fußballfanatiker, auch riesen Eintracht Frankfurt Fan und er hat so meine ersten Schritte auf meinem Weg zum Fußball begleitet. Ja, cool. Das wusste ich gar nicht. Aber der war immer wieder mal bei den Spielen da, gell? Mein Papa oder meine Eltern, tatsächlich beide, Mama und Papa, waren eigentlich bei jedem Spiel, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, und haben mich da immer supportet und unterstützt, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Ja, geil. Ja, ich habe die auch immer wieder mal gesehen, wenn wir gespielt haben. Ja. Cool. Patrick, du bist im NLZ gewesen. Welches NLZ war das Erste, das du besucht hast? Heute kann man sagen Darmstadt 98. Damals, als ich bei Darmstadt gespielt habe, das war von U12 bis U14, da war Darmstadt noch kein zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum, aber man konnte trotzdem Darmstadt, oder man hatte Darmstadt schon auf dem Zettel damals. Und genau, also mit elf Jahren bin ich dann zu Darmstadt gewechselt. Und das waren meine ersten Schritte im Nachwuchsleistungszentrum. Wie kam es zu diesem Wechsel zu Darmstadt? Ich bin, also da musste ich ein bisschen weiter ausholen, als ich in Erfällen drei, vier Jahre Fußball gespielt habe mit meinem Papa, als Trainer bin ich dann zu Viktoria Griesheim gewechselt, vielleicht kennen einige die Mannschaft der Hessenliga. Sehr guter Verein, gerade für Jugendspieler und habe dann dort zwei Jahre gespielt. Und mein Trainer in Griesheim ist dann nach Darmstadt gewechselt und hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mitzukommen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt, dass ich dann bei Darmstadt angefangen habe, Fußball zu spielen. War das von dem Fahrtweg von dir aus ein bisschen weiter entfernt, oder hat das eigentlich alles ganz gut gepasst? Also Darmstadt ist eine gute halbe Stunde von meinem Elternhaus entfernt und unser Glück war, dass zwei, drei Spieler aus der Ecke noch dort waren und man dann, das kennen bestimmt einige, eine Fahrgemeinschaft gebildet haben. Und so ist jeder Elternteil dann eins, zweimal oder einmal die Woche ins Training gefahren. Von daher hat sich das ganz gut ausgeglichen. Sehr interessant, toll. Du bist ja dann bei Darmstadt 98 gewesen. Wie hast du die Zeit als junger Fußballer in Darmstadt wahrgenommen? Ja, also es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Viele Freunde damals auch dazugewonnen. Einen oder mit einem bin ich heute noch sehr gut befreundet. An der Stelle Grüße an Alessio Denunzio, falls er das hören sollte. Geil, geiler, Alessio Bolloff an dich. Genau. Und die Zeit war sehr, sehr cool. Ich glaube, dass damals der Leistungsdruck noch nicht so hoch war, wie er heute vielleicht in der U12 schon ist. Und als 11-, 12-, 13-Jähriger nimmst du das auch gar nicht so wahr neben der Schule, dass es eigentlich ein enormer Aufwand ist. Von daher hatte ich da einfach riesen Spaß, dass ich mich auch Tag für Tag bei so einem Verein verbessern konnte. Und habe die Zeit einfach genossen und all das, was ich mitnehmen konnte, mitgenommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, genau was du gesagt hast. Mit Spaß und Freude Fußball spielen ist das Beste, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Ja, weil du da letztendlich dann, ja, diesen Spielwitz hast und nicht diesen Druck, in der Hinsicht irgendwie performen zu müssen oder abliefern zu müssen. Und ich glaube, dass viele Fußballer, die in dem Alter irgendwie älter, also irgendwie älter werden, das primäre Problem haben, den Spaß am Fußball oben zu halten. Ja, und sich nicht immer Gedanken darüber zu machen, was wenn. Einfach zocken. Die besten Spiele machst du, wenn du zockst. Einfach spielst. Sehr nice. Dann bist du von Darmstadt wohin gewechselt? Ich bin dann zur U15 zu Eintracht Frankfurt gewechselt, wo du ja bekanntermaßen auch sehr lange gespielt hast. Ja. Und, genau, das war dann mit 14 und bin dann zur U15 in die Regionalliga zur Eintracht gewechselt. Wer war der Trainer? Damals war mein Trainer Samad. Geiler Team. Überragend. Also ein sehr, 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 sehr lieber Mensch und auch ein sehr geiler Trainer. Ich konnte einiges mitnehmen von ihm und war eine überragende Zeit bei ihm. Wie ist der Kontakt damals zur Eintracht Frankfurt entstanden? Der Kontakt, der war schon zu der Zeit, als ich zu U12 nach Darmstadt gewechselt bin. Also der war schon länger, also hat schon länger bestanden. Die Eintracht wollte mich, glaube ich, für die U12, U13 oder U14 schon holen. Da war mir dann im engeren Austausch mit Habil Misimi. Ja. Geiler Typ. Ja. Und so ist das dann eigentlich jährlich gewesen, dass man sich zusammengesetzt hat und drüber gesprochen hat, ob jetzt der richtige Schritt ist, um zur Eintracht zu wechseln. Ich mich aber immer dagegen entschieden habe, weil ich fand, dass es für meine Entwicklung besser gewesen ist, erstmal in Darmstadt zu bleiben. Und wenn ich in der U13 zu Eintracht gegangen wäre, hätte mir auch keiner garantieren können, dass ich Fußball spiele. Und meine Ansicht war, so viel Fußball spielen zu wollen, wie ich halt kann. Und deshalb bin ich dann, ja, als dann die U14 knapp zu Ende war, die Saison zu Ende war, habe ich dann entschlossen, zu Eintracht zu wechseln. Du bist ja dann letztendlich in diesem ganzen NLZ-Konstrukt bei der Eintracht gewesen, auch mehrere Jahre. Und ich habe dich da ja auch kennengelernt und auch deine Spielweise kennengelernt und dich auch als Typ kennengelernt. Du warst im Internat dort. Wie ist dieses NLZ-Konstrukt? Wie hast du es wahrgenommen in dieser Zeit bei der Eintracht? Also ich war eigentlich immer, immer relativ, ja, relativ entspannt. Habe versucht, einfach so viel mitzunehmen, wie es geht und den Spaß aber immer oben zu halten, weil ich einfach den Sport an sich liebe und einfach gerne gegen den Ball trete. Und von daher mir jetzt bis zur U17 nicht wirklich Druck gemacht habe. Ich glaube, ab der U17, wenn es dann Junioren-Bundesliga heißt, sieht man das Ganze dann ein bisschen anders. Und bin dann, wie du gesagt hast, mit 16, ich meine 16, ins Internat gezogen. Habe dann dort eine Schule besucht in Frankfurt, eine Sportschule oder Sportklasse, die Julius-Leber-Schule. Die kennst du ja, glaube ich, auch sehr gut. An dieser Stelle, ich will Grüße an Nils Stenderer, Patrice Kambuja und Justin Kambuja. Genau, und ich glaube, dass das Nachwuchsleistungszentrum, also dass wir dieses Konzept in Deutschland haben, ist prinzipiell sehr, sehr gut. Ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach, für sich selbst zu entscheiden, wenn man ein guter Fußballer ist und die Möglichkeit hat, für den NLZ zu spielen. Die Schwierigkeit, den passenden Zeitpunkt zu finden, wann wechsle ich jetzt ins Nachwuchsleistungszentrum, weil viel mehr Aufwand dahinter steckt, als wenn ich jetzt bei mir zu Hause im Verein spiele. Du hast mehr Training, du hast mehr Fahrtweg, du hast am Wochenende viel mehr Aufwand, du musst deine Schule nebenher machen, was ich übrigens an jeden jüngeren Zuschauer sagen kann, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass das jeder bitte auch ernst nehmen soll. Und ich glaube daher, oder ich bin froh, dass wir in Deutschland dieses Konzept NLZ haben, glaube aber, dass die Schwierigkeit für jeden einzelnen jungen Fußballer ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden, zu wechseln, weil nicht jeder mit Doppeltbelastung Schule und Fußball klarkommt. Und zumal du wenig Zeit hast für Freunde, vielleicht eine Freundin, genau. Ich gebe dir vollkommen recht, Patrick, hast du auch überall gesagt, der Aufwand, den man selbst betreiben muss in dieser Zeit, ist enorm. Und aufgrund dessen, weil ich einfach mit diesen Spielern auch teilweise zusammenarbeite, merke ich einfach, wie aufwendig sie immer wieder irgendwie zu Schule und Arbeit und das und jenes, wie sie das kombinieren. Und teilweise ist es auch so, dass der ein oder andere damit gar nicht wirklich umgehen kann. Ja, das heißt, Schule läuft schlecht, Fußball läuft schlecht. Fußball läuft schlecht, Schule läuft gut. So Sachen, dass es nicht immer einfach ist. Und der Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist elementar wichtig. Wie würdest du definieren, wann ist der richtige Zeitpunkt? Genau, das ist, glaube ich, die große Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, pauschal gibt es da keine Formel für oder keine richtige Aussage. Das muss jeder selbst wissen. Meine Familie oder mein Elternhaus, meine Eltern waren dann ein großer Teil von mir. Die haben mir immer die Entscheidung überlassen, welchen Weg ich jetzt gehe oder welchen Weg ich weitermache. Und ich glaube, dass da ein guter Austausch mit Familie, Freunden, vielleicht auch alten Trainern, ich habe auch viel mit alten Trainern gesprochen, ein guter Weg ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und halt vielleicht einfach so ein Zukunftsdenken zu haben, dass man, man weiß ja, wenn man auf dem Gymnasium ist, was dann irgendwann in der Q- und in der E-Phase auf einen zukommt. Oder wenn du jetzt nach der Grundschule direkt auf ein Gymnasium wechselst, ist das ja anspruchsvoller, wie wenn du jetzt auf eine integrierte Gesamtschule oder auf eine Realschule wechselst, dass man da einfach ein bisschen in die Zukunft schaut und guckt, inwieweit kannst du da diese Belastung oder diese Doppeltbelastung ausführen. Super gesagt. Ganz wichtiger Faktor, mit den alten Trainern sprechen, muss ich eingestehen, habe ich auch sehr, sehr oft gemacht. Wenn es irgendwie darum ging, wechsle ich oder wechsle ich nicht. Oder auch zum Beispiel nach Alzenau bei mir in der Regionalliga Südwest. Was mache ich dann? Oder andere Momente habe ich gerne Trainer, ehemalige Trainer zu Rat gezogen, die mich einfach schon länger kennen und auch besser kennen. Und das ist immer ein ganz guter Ratschlag. Und ich glaube, man sollte immer, immer, immer selbst entscheiden. Ja, man kann Ratschläge einholen, das ist auch erforderlich, um vielleicht auch mal andere Perspektiven gehört zu haben. Aber entscheiden musst du am Ende immer selbst. Ich sage es immer wieder, sonst gehst du einen Weg, den du eigentlich gar nicht gehen wolltest und das kann dann so ein Höllentrip werden. Definitiv. Genau, also ich glaube, wie du es gesagt hast, mit den alten Trainern gerade, die sind ja meistens ein bisschen älter als einem selbst. Und ich sage immer, dass in vielen Teilen im Leben Lebenserfahrung sehr, sehr wichtig ist und einfach ältere Menschen als man selbst andere Dinge von außen besser beurteilen kann als man selbst. Man sieht vielleicht im ersten Moment, oh, Eintracht Frankfurt, Mainz 05, Hoffenheim klopft an der Tür. Da möchte ich unbedingt spielen. Aber was sich dahinter verbirgt, kann man vielleicht als 13-, 14-Jähriger noch nicht selber sehen. Daher ist es wichtig, dass man da einfach Unterstützung hat. Ja, super gesagt. Ja, stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Patrick, eins steht fest, als du ins NLZ kamst, war ich schon ein paar Jährchen da, aber es hat sich schnell rumgesprochen, dass der Patrick Finger ein guter ist. Und ich habe mir dann deine Spiele angeguckt und du bist wirklich gut. Vielen Dank. Zwischenzeitlich kamst du ja auch in diesem U19-Jahr, wo der Baum ein bisschen gebrannt hat bei uns, aus der U17 in die U19, als 2001er-Jahrgang wurdest du hochgezogen und hast bei uns ausgeholfen. Wie war es da für dich damals? Also ich kann mich da relativ gut noch an den Tag erinnern. Das müsste ein Mittwochabend gewesen sein, als mich unser alter Trainer Frank Leicht angerufen hatte und gesagt hatte, dass die beiden jetzt die U19 übernehmen und mich gerne mit hochziehen würden. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil das, glaube ich, einfach ein Kompliment für seine eigene Spielweise ist, wenn das so besprochen wird oder so kommuniziert wird. Das Einzige, was da in meinem Kopf war, zu derselben Zeit, ist die U17, also meine eigentliche Mannschaft, nach Amerika geflogen, um den Dallas Cup dort zu spielen. Ah, okay, verstehe. Und das war so ein bisschen schade einfach für meine Lebenserfahrung, die ich hätte noch mitnehmen können in Amerika, weil ich glaube, da lernst du einfach einiges. Wie? Lernst du so wie in World Warfare? Du kennst das ja auch. Ich glaube, du warst bestimmt mehrmals. Nein, ich war tatsächlich einmal in Dallas, aber es war überragend. Ja, also es ist eine sehr, sehr geile Zeit dort, hat wirklich immer Spaß gemacht und ja, aber für mich war im Vordergrund meine Entwicklung und der Weg weiter nach oben. Deshalb gab es für mich eigentlich nichts wirklich zu überlegen, dass ich gerne bei euch dann in der U19 spielen würde. Und donnerstags abends war dann mein erstes Training mit euch und samstags ging es dann schon zum ersten Spiel nach Wiesbaden. Ja. Oh, auswärts, gell? Genau, wenn du dich erinnerst. Das war auch sehr, sehr krass. Aber ich will noch viel mehr jetzt so ein bisschen hinterfragen. Wie war der erste Kontakt so mit den Jungs damals? Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du mich wahrgenommen? Das würde mich echt interessieren. Genau, also wie ich gesagt habe, nach dem Anruf mittwochs war donnerstags abends dann mein erstes Training. Ich war natürlich super aufgeregt gewesen, super nervös, weil es einfach schon zwei bis drei Jahre Unterschied waren. Und das merkt man halt im Jugendbereich. Ich bin jetzt auch nicht der größte und breites gebautete Spieler, den es gibt. Also ich bin relativ schmächtig gewesen damals und war dann sehr nervös. Ja, aber um jetzt auf dich zu sprechen zu kommen, ich glaube, du hast mir beim ersten Training einfach so ein bisschen die Nervosität genommen. Ich glaube, dass du das jetzt, das sieht man ja heute, wie du mit jüngeren Menschen umgehst, das gut gemacht hast. Und ja, du hast mir einfach ein super Gefühl gegeben. Ich habe da gleich vielleicht noch eine kurze Story, die ich über dich erzählen kann. Das ist jetzt aber doch geplant. Aber hau raus. Ja, genau. Also das war so mein erster Eindruck. Dadurch, dass ich ja die beiden Trainer, Frank Leicht und Jan Fieser, kannte von der U17, hat es gut gepasst. Aber ich habe mich bei euch allen eigentlich immer gut aufgehoben gefühlt. Und ich hatte persönlich das Gefühl auch, wenn wir zusammen gespielt haben, egal ob es jetzt Pokal war oder in der Liga, dass ihr so ein bisschen vor mir standet und praktisch, wenn jetzt irgendwie was mit den Gegnern gab, mich verteidigt habt einfach. Und ja, also da war ich damals sehr, sehr dankbar und auch froh, dass es so gelaufen ist, weil es mir einfach einfacher gemacht wurde, die Zeit bei euch anzukommen. Und ja, habe mich ja dann leider vier, fünf Wochen später verletzt und konnte dann nicht mehr die Saison zu Ende mit euch spielen. Aber Patrick, ich muss dazu sagen, ich wusste ja, dass du irgendwie ein geiler Kicker bist. Im NLZ warst du immer wieder bei der Nationalmannschaft in den verschiedenen Jahrgängen. Und wir wussten einfach, dass wir Qualität brauchen. Aber wir brauchen die Qualität sofort. Somit war mir im Umkehrschluss aber auch klar, der Junge muss sofort funktionieren. Und wie funktioniert ein Spieler, der vielleicht etwas jünger ist in einer Mannschaft, wenn er sich wohlfühlt? Und ich glaube, das ist immer mein Credo gewesen, überleg selbst, wenn du der Spieler wärst, wie würdest du dich fühlen? Egal, wer jetzt da war beim Probetraining oder sonstiges, ich war immer der Erste, der zu denen gegangen ist und ihm ein bisschen die Nervosität versucht hat zu nehmen, ob Alessandro, Albanese oder sonstiges. Weil ich glaube, dass es einfach dieses Teamgefüge ausmacht und das ist ja mancher Sport. Ja, und gegen SVB in Wiesbaden haben wir dann auch ein geiles Spiel gemacht, haben gewonnen. 1-0. 1-0 auf dem Hallberg und es war unheimlich kalt und alles rum und dran. Und da werde ich auch nicht vergessen, da ist mir auch was Schlimmes passiert. Ich habe einen Ball gegen einen Hohen bekommen, der hat sich damals verdreht. Stimmt, stimmt. Und ich bin dann in die Notaufnahme und mir ging es ganz, ganz schlecht, aber habe mich trotz alledem über den Sieg gefreut. Ja, nee, also wie du gerade gesagt hast, dass du, egal ob es jetzt ein Probespieler ist oder vielleicht ein Neuzugang von einer anderen Mannschaft, dass du ihn einfach so in das Team mit integriert hast und aufgenommen hast, zeichnet dich, glaube ich, nicht nur als Fußballer, sondern ganz besonders auch als Mensch und zeigt, was für eine Persönlichkeit du hast. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, große Dankbarkeit für damals, wie du mich aufgenommen hast oder ihr mich alle aufgenommen habt. Das hat es mir einfach enorm leichter gemacht, meine Leistung abzurufen. Das freut mich, das freut mich sehr. So, Patrick, jetzt sind wir mal kurz geswitcht zu U19, weil U19, das ist ja so die Geschichte generelles geisteskrank. Aber gehen wir noch mal zurück, wir haben ja über die Nationalmannschaft jetzt kurz mal gesprochen. Wie war es zu wissen, okay, ich bin jetzt eigentlich in den verschiedenen Jahrgängen, wo ich bin, immer in der Nationalmannschaft gewesen? Was für ein Gefühl war das? Weil ich habe auch immer wieder, Facebook war ja damals ganz, ganz stark, habe ich immer gesehen, unsere Nationalspieler, da war der Patrick Finger mit seinem Bild immer dabei in den verschiedenen Jahrgängen oder Lehrgängen. Deswegen, wie war das? Weil ich selbst hatte noch nicht die Erfahrung gehabt, wie war das in der Nationalmannschaft zu sein? Also ich kann ja gerne mal von Anfang an ausholen, ja, zur Nationalmannschaft oder der erste Kontakt zur Nationalmannschaft beginnt ja mit der jeweiligen Landesauswahl, bei uns jetzt in dem Fall ist es die Hessen-Auswahl. Da hat man dann als U14-Mannschaft, ich meine in Bad Blankenburg ist das Turnier, das nennt sich DFB-Sichtungsturnier und da sichtet dann halt die U15-Nationalmannschaft das erste Mal und da hat man die Chance sich zu zeigen und damals war es eben so, dass wir mit der Hessen-Auswahl dieses Turnier gewonnen haben und ich zu der Zeit noch Spieler von Darmstadt 98 war, aber der Übergang dann zur Eintracht in diesem Sommer stattfande und ich, wenn ich mich recht erinnere, wusste ich nach dem Turnier auch nicht so recht, ob ich eine Einladung erhalten würde für die Nationalmannschaft oder nicht und war dann zur Sommerpause eine Woche bei meiner Oma und habe dann irgendwann abends einen Anruf von meinen Eltern aus dem Urlaub bekommen, dass sie gerade eine E-Mail vom DFB bekommen haben und mein Name auf der Liste steht zu einem Lehrgang. Das war dann so ein viertägiger Trainingslehrgang und da konnte ich mich dann das erste Mal beim DFB präsentieren und in der U15 von der Nationalmannschaft ist es so, dass du eine Saison lang, also sagen wir mal vom August, September bis April, Mai immer verschiedene Trainingslehrgänge hast, du hast noch keine Spiele und Ende Mai, also der Abschluss von der Saison, hast du dann zwei Länderspiele, meistens gegen Holland. Das sind deine ersten Länderspiele praktisch. Und vor den Länderspielen gab es nochmal so ein finales Turnier, wo der finale Kader dann praktisch zustande kommt. Da hat man als U15-Nationalmannschaft bei dem U16-Sichtungsturnier für die ältere Nationalmannschaft mitgespielt und da wurde ich zu eingeladen und hatte dann das große Glück, nach dem Turnier eine Einladung für das erste Länderspiel zu kriegen und durfte dann direkt auch im ersten Länderspiel angreifen als Linksverteidiger. Und ja, also dieses Gefühl vom ersten Länderspiel, ich glaube, das wird man so im Leben nicht mehr kriegen, weil da geht dir alles durch, also Aufregung, Freude, du bist einfach stolz, den Adler auf der Brust zu tragen. Und ja, dann geht das Ganze halt in der U16, U17, U18 so weiter. Nur eben nicht mehr nur Trainingslehrgänge, sondern mit Länderspielen, also da spielt man gegen Italien, Tschechien. Du hast auch ein Turnier in Portugal zum Beispiel in der U16 und ja, das Gefühl einfach als Teil der Nationalmannschaft, dich sehen zu können, war immer überragend, weil du zählst ja irgendwo zu den besten Spielern aus deinem Jahrgang in ganz Deutschland. Und ich glaube, dass es einige sind. Von daher war das immer ein überragendes Gefühl. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Und deswegen, und das sieht man letztendlich auch, wie du Fußball gespielt hast. Ich glaube, ein Nationalmannschaftsspieler weiß, dass er gewisse Qualitäten hat und so hast du auch letztendlich auch auf dem Platz dann gespielt. Meiner Meinung nach. Weil, nochmal zurück zu dieser U19, ein U17-Spieler spielt nicht so, wie du gespielt hast in der U19. U17. Normalerweise. Abschiedskampf. Teilweise zwei bis drei Jahre ältere Spieler. Druck von außerhalb. So spielt normalerweise kein U17-Spieler. Und ich glaube aber, dieser Status auf Nationalmannschaft und alles, was du da schon erlebt hast, hat dir da trotzdem alles in einem, aber auch ein bisschen Mut gegeben zu wissen, hey, ich kann das wuppen. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr wichtig in der Hinsicht, dass es, glaube ich, vielleicht wichtig für deine Karriere gewesen ist. Ja, auf jeden Fall. Wie du sagst, ich glaube, dass man da einfach keine Überheblichkeit hat, aber ein gesundes Selbstvertrauen hat. Einfach mit der Erfahrung, die du im Rücken hast, dann auch gegen zwei, drei Jahre ältere zu bestehen und deine Leistung zu zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.